So komm, wir gehen wieder reingehen, du kannst gleich durchfahren. Was? Wir gehen wieder reingehen, komm. Okay. Ja, er hat ja recht. Wir wollen ja selbst so ein Töffchen bauen. Also, fertig gespielt. Dann gehen wir jetzt wieder an die Arbeit. Jetzt kommt das Kampel raus. Ich kann das Kampel raus.